Die scheinbar körperlose Stimme klang nun fast gereizt, als wäre sie von Harringtons klinisch-kühler Geschäftsmäßigkeit frustriert. Die Nike erhielt mehrere Treffer durch feindlichen Beschuss, Sir. Einer dieser Treffer schaltete bei Boothangar 1, die Operationszentrale und die Flakbrücke aus. Mehrere Angehörige von Admiral Sanos Stab wurden getötet, er selbst schwer verwundet. Fiel er in Bewusstlosigkeit? Jawohl, Sir. Und übertrugen Sie als seine Flakkommandantin den Befehl über die Kampfgruppe an den dienstältesten Offizier? Nein, Sir, das tat ich nicht. Sie behielten das Kommando? Harrington nickte wortlos. Wieso das, Captain? Nach meiner Einschätzung war unsere taktische Lage zu ernst, um eine Verwirrung in der Befehlskette zu riskieren, Sir. Ich befand mich im Besitz von Informationen, nämlich über die Ankunft von Admiral Daneslaw, die dem dienstältesten Offizier, Captain Rubenstein, möglicherweise nicht bekannt waren. Unsere Zeit war sehr begrenzt. Und daher übernahmen Sie an Admiral Sanos Stelle das Kommando über die gesamte Kampfgruppe? fragte Capra scharf. Die Schafe lag nicht etwa in einer Verurteilung ihrer Entscheidung begründet. Der Kommador wollte vielmehr diesen Punkt deutlich herausstellen. Harrington nickte erneut. Das habe ich getan, Sir, gestand sie ohne den leisesten Anklang einer Gefühlsregung. Und das, obwohl sie gerade zugab, wenigstens fünf Kriegsartikel verletzt zu haben. Wieso, Captain? bohrte Capra. Was machte denn die Lage so kritisch, dass diese Verhaltensweise Ihnen gerechtfertigt erschien? Wir näherten uns dem Punkt, an dem die Kampfgruppe plangemäß hätte ausschwärmen müssen, Sir. Admiral Daneslaws Ankunft hingegen gab uns Gelegenheit, den Feind in eine Position zu führen, in der er nicht mehr vermeiden konnte, abgefangen zu werden. Dazu mussten wir jedoch als Verband weiterkämpfen und so dem Gegner ein Ziel bieten, das die Verfolgung lohnte. Da ich das Ausmaß der Schäden an Captain Rubensteins Signaleinrichtungen kannte, schätzte ich das Risiko als zu groß ein, dass die Kampfgruppe wie geplant ausschwärmen konnte, bevor Captain Rubenstein vollständig über die Lage in Kenntnis gesetzt werden und die taktische Kontrolle übernehmen konnte. Aha. Ein weiterer Moment der Stille folgte, die nur durch Papierrascheln außerhalb des Aufzeichnerbereichs unterbrochen wurde. Dann ergriff Capra erneut das Wort. Nun gut, Captain Harrington, bitte berichten Sie dem Ausschuss, was etwa vierzehn Minuten nach Admiral Sanos Verwundung geschah. Und nun erst fuhr eine leise Gefühlsregung über Captain Harringtons ruhiges Gesicht. Ihre mandelförmigen Augen verhärteten sich zu kaltem, bedrohlichem Funkeln und sie verkrampfte ein wenig den Mund, aber nur für eine Sekunde. Dann schwand sämtlicher Ausdruck von ihrem Gesicht und als sie mit einer Gegenfrage antwortete, färbte kein Hinweis auf ihrem Gefühlsansturm ihre leidenschaftslose Sopranstimme. Ich nehme an, Sir, Ihre Frage bezieht sich auf das Verhalten von Crewron 17? Ja, Captain, das ist richtig. Etwa zu der von Ihnen angegebenen Sides löste sich Crewron 17 vom Rest der Kampfgruppe und schwärmte aus, sagte Harrington und ihre Stimme war noch kälter und unbewegter als zuvor. Wer ist dafür verantwortlich? Captain Lord Pavel Young, Sir, nach Commodore von Slykes Tod im Gefecht diensttunender Geschwaderschef. Erteilten Sie ihm den Befehl, sich von der Kampfgruppe zu lösen? Nein, Sir. Folglich handelte er aus eigener Initiative und ohne Befehl vom Flaggschiff? Jawohl, Sir, so ist es. Haben Sie ihm befohlen, in die Formation zurückzukehren? Jawohl, Sir, das habe ich. Mehr als einmal? Jawohl, Sir. Und hat Captain Lord Young ihren Befehl befolgt? Fragte Capra ruhig. Nein, Sir, antwortete Harrington wie eine Maschine mit Sopranstimme. Das hat er nicht. Ist der Rest von Crewron 17 an seine Station zurückgekehrt, als sie den Befehl dazu gaben? Jawohl, Sir, so ist es. Und Captain Lord Youngs Schiff zog sich weiterhin zurück, Sir, sagte Honor Harringtons aufgezeichnetes Bild sehr, sehr leise. Und ihr harter, furchteinflößender Blick gefrohr, als die Wiedergabe des HD-Tanks angehalten wurde. Ein Augenblick tiefer, vollkommener Stille folgte. Dann erlosch der Holotank. Die Saalbeleuchtung ging an und alle Augen richteten sich auf den weiblichen Captain im Judge Advocate General Corps, die neben dem Vortragspult stand und sich nun räusperte. Damit ist der wesentliche Auszug aus der Aussage Lady Harringtons vor dem Ermittlungsausschuss beendet, meine Damen und Herren. Sie verfügte über eine tragende, deutliche Altstimme und stellte die Gelassenheit einer erfahrenen Anwältin zur Schau. Die gesamte Aussage ist, wie auch alle anderen Aussagen vor dem Ausschuss, Ihnen allen selbstverständlich zugänglich. Wünschen Sie Einsicht, in weitere Teile davon zu nehmen, bevor wir fortfahren? Admiral Cordwainer sah Cortes fragend an. Ob der fünfte Raumlord wohl die Nuancen ebenso wahrgenommen hatte wie sie selbst? Vermutlich schon. Sie mochte ausgebildete Juristin sein für Dinge, die unausgesprochen blieben und wie man sie überging und dafür ein besseres Gespür haben als andere Menschen. Sir Lucian Cortes hingegen war ein kampferfahrener Soldat und das hatte sich in seinen Augen und seiner Körpersprache gezeigt, während er Lady Harringtons kühler, leidenschaftsloser Aufzählung der Ereignisse zuhörte. Cortes schüttelte den Kopf und die Jack sah wieder auf die Frau am Vortragspult. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, können wir den Rest der Aufzeichnung später ansehen, Captain Ortiz, sagte sie. Fahren Sie fort. Jawohl, Ma'am. Ortiz nickte und senkte den Kopf. Sie drückte einige Tasten auf ihrem Memo-Pad, um die gewünschten Informationen zu erreichen. Dann sah sie wieder auf. Was nun folgt, war der eigentliche Grund, weshalb ich den TLF-Bad und den Hauptholotank zur Verfügung zu stellen, Ma'am. Sie werden nun eine Darstellung des entscheidenden Teils im Gefecht sehen, die aus den Lockbüchern aller überlebenden Schiffe von Kampfgruppe Hancock 001 zusammengestellt wurde. Aufgrund der schweren Verluste, die die Kampfgruppe zu erleiden hatte, sind die Daten nicht vollständig. Aber wir konnten das Allermeiste dadurch rekonstruieren, dass wir erbeutete Daten aus Admiral Chin's Dreadnoughts interpolierten. Auf der Grundlage all dieser Informationen hat das Computersystem des TLF die Entsprechung eines Displays in der Operationszentrale generiert. Der Zeitrafferfaktor beträgt, Ortiz blickte noch einmal auf ihr Memo-Pad, Annähernd 5 zu 1, und wir beginnen kurz vor dem Augenblick von Admiral Sanos Verwundung. Ortiz drückte Knöpfe und der Saal verdunkelte sich erneut. Im riesigen Hulotank leuchtete verschwommenes Licht auf, dann fokussierte sich die Abbildung schlagartig. Cordwainer spürte, wie neben ihr Cortez vor Anspannung erstarrte, als die Icons eines Gefechtsdisplays aufleuchteten. Der größere Teil der aufgespaltenen Projektionen zeigte das innere System des roten Zwergsterns namens Hancock bis zur elf Lichtminuten von der Sonne entfernten Hypergrenze. Die weit verteilten Lichtkennungen von Planeten und der grüne Punkt für die flotten Reparaturbasis, die das Herz von Hancocks Station bildete, strahlten darin. Aber die drei noch helleren, blinkenden Lichtkennungen zogen geradezu magnetisch alle Blicke auf sich. Nicht einmal der riesige Hulotank, das TLF, war in der Lage, in diesem Maßstab noch einzelne Kriegsschiffe darzustellen, aber nur eins der Blinklichter war grün, wie es befreundeten Einheiten zukam. Die beiden anderen leuchteten im düsteren Purpurrot der Gegner. Trichterförmige Lichtkonen wiesen auf alle drei und führten zu weiteren, stark vergrößerten Teilprojektionen, in denen einzelne Schiffe und Formationen dargestellt werden konnten. Die Jack war keine ausgebildete Taktikerin, aber das brauchte sie auch gar nicht zu sein, um Cortes plötzliche Anspannung zu begreifen. Ein purpurroter Fleck, bei weitem der größere, hing so gut wie bewegungslos auf halber Strecke zwischen Hancock und Hypergrenze. Und die Icons in der damit verbundenen Projektion identifizierten ihn als eine furchterregend große Ansammlung von Super-Dreadnoughts der Volksflotte. Die zweite gegnerische Streitmacht befand sich wesentlich dichter an der Reparaturbasis und näherte sich ihr, während sie gleichzeitig auch zu Kampfgruppe H001 aufholte. Die Handvoll grüner Punkte, die mantikoranische Einheiten symbolisierte, war eindeutig in der Unterzahl und zudem den roten Punkten der Verfolger hinsichtlich der Kampfstärke bei weitem nicht gewachsen. Die schwersten mantikoranischen Einheiten waren sechs Schlachtkreuzer, und um drei davon kreiselten bereits die blitzenden gelben Ringe, die Gefechtsschäden anzeigten, und sechs havinitische Dreadnoughts waren ihnen auf den Fersen. Cordwainer zuckte zusammen, als die glitzernden Fünkchen von Raketen zwischen den beiden Verbänden hin- und herzuckten. Die Haviniten pumpten ungefähr dreimal so viel Lenkwaffen in KGH001 wie umgekehrt. Man konnte es nicht genau sagen, denn der Zeitraffer reduzierte die Flugzeiten der Raketen drastisch und machte jede numerische Schätzung fast unmöglich. Aber es sah so aus, als würden die mantikoraner mindestens ebenso viele Treffer erzielen wie die Haviniten. Unglücklicherweise konnten die havinitischen Dreadnoughts erheblich mehr Treffer verkraften als die mantikoranischen Schlachtkreuzer. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kampfgruppe bereits zwei Schlachtkreuzer verloren, ertönte Captain Ortis' distanzierte, unsichtbare Stimme aus der Dunkelheit. Durch Admiral Sanos' überfallartige Gefechtseröffnung erlitten die Haveys am Anfang schwere Verluste. Aber dazu muss man anmerken, dass der Admiral die beiden dienstältesten Divisionschefs und Commodore van Slyke verloren hatte. Kurz gesagt gab es bereits zu diesem Zeitpunkt in der Kampfgruppe außer Admiral Sanos keine überlebenden Flak-Offiziere. Cordwainer nickte schweigend. Cortes heftiges Atmen im Ohr und zuckte erneut zusammen, als ein weiteres mantikoranisches Schiff, ein leichter Kreuzer, mit einer Plötzlichkeit vom Display verschwand, bei der ihr fast das Herz stehen geblieben wäre. Auch die beiden beschädigten Schlachtkreuzer mussten weitere Treffer hinnehmen. Das gelbe Band um einen davon, Cordwainer musste die Augen zu Schlitzen verengen, um den Namen Agamemnon neben dem Icon ausmachen zu können, wies schlagartig den Rotton kritischer Schäden auf. Und sie erschauerte, als sie sich ausmalte. Sie befände sich in Gefechtsentfernung zu einem Feind, der die acht- bis neunfache Feuerkraft aufbieten konnte. Wir kommen nun zu dem Punkt, an dem die Kampfgruppe ihre letzte Kursänderung vornahme, verkündete Ortis ruhig, und die Jack beobachtete, wie der Vektor von KGH 001 plötzlich um wenigstens 15 Grad vom alten Kurs abknickte. Sie biss sich auf die Lippe, als die havenetischen Dreadnoughts wendeten, um ebenfalls auf den neuen Kurs umzuschwenken. Unvermittelt gefror die Darstellung im Tank. In diesem Augenblick setzte Admiral Sarno zu seinem letzten Versuch an, den Feind von der Reparaturbasis und dem dortigen Navy-Personal wegzulocken, sagte Käpt'n Ortis. Dann flackerte der Holotank erneut auf. Die vergrößerten Darstellungen blieben unverändert. Der Rest des Displays jedoch schrumpfte auf einen winzigen Bruchteil seines früheren Volumens, um Platz für drei neue Projektionen zu machen. Diesmal nicht mit Lichtkennungen und Kriegsschiffen, sondern Kommandodecks mit mantikoranischen Offizieren, die geisterhaft mitten in der Bewegung eingefroren waren, als erwarteten sie die Wiederherstellung des Zeitflusses. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020